gehen soll du musst erst mal hier drauf oder muss man hier hin hier geht's auch nicht weiter Palim 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 Glowstone Glowstone könnte man hier drauf Nippel da drauf da drauf da drauf da drauf Glowstone da drauf ja ich hab den Weg da hoch und dann auf den Glowstone wirklich auf den Glowstone wirklich auf den Glowstone ich will nicht nochmal auf den Glowstone ja den musst du hin das sieht voll weit aus ist doch voll weit aber das ist der einzige Weg alles klar hast du gemacht jetzt auf den anderen Glowstone ja ok auch gemacht und jetzt ähm hinter das Ender-Nether-Portal da auf den Käfig Käfig auf die Wände ok Aua und dann ist da wieder so eine Treppe meine ich hä? ja warte ich bin gleich bei dir ich hab den Weg erkundet schon ok also ich sehe hier keinen Weg doch da ist ein Weg alles schon abgeflogen das ist ein Nippel vielleicht muss ich da drauf ich bin sofort bei dir ja du musst auf den Nippel genau ja bei dir auf den anderen Käfig huts so weit ja ohne Spaß oh man du weißt das ist der einzige Weg du musst auf den Nippel und dann auf den Käfig aber das sieht fast nicht machbar aus wenn ich ehrlich bin und dann ist da nämlich wieder die Treppe ja aber der andere Weg gibt es nicht gibt es nicht lol auch in der Fall beim Nippel ja erstmal beim ersten Sprung runterfallen wie oft regnet es bitte auf der Welt ich weiß es nicht so ist aus ziemlich oft ich bin über den Nippel genippelt ey Weihnachtsmann aber das kommt heute ne echt ja heute um Viertel nach sieben was muss ich denn jetzt ziehen können wir nicht zocken heute was ich muss Weihnachtsmann und gucken wo bist du denn ich glaube ich bin falsch gesprungen bist du weiter als du gerade warst nee ich weiß nicht wo ich hin muss ach hier stimmt ich verpeile es jedes Mal ey wo bist du denn lol moit habe ich einen Grafikfehler wieso oh man ich weiß ja gar nicht wo du bist oh da sind wir wieder Minecraft ist wieder abgeschmiert und ich weiß immer noch warum mit Nils immer noch Java Update oh nee das liegt an Nvidia Grafikkarte okay was ist jetzt hier drauf ey ich verkack wieder den Glo- hast du ja einen Glouztaussprung verkackt? nein ich bin rückwärts runtergelaufen warum? weil Shift nicht funktioniert hat achso jetzt ist Shift schuld ja ich hab's gedrückt aber es hat nicht funktioniert Shift ist scheiße wenn's Shift ist immer scheiße auch wenn's draußen Shift muah muah ich weiß nicht was steht im Map erstellen ich warum baut der Käfige in die man reinfallen kann und wenn man nicht wieder rauskommt weiß ich nicht alles klar ja jetzt machen wir das hab ich gehört Nils mach mal ich bin auch grad schon am machen hier Dito so jetzt kommt wieder der Glo-Staussprung ach da ist Nils hi Nils Michi geht auch ganz gut von dir oh so was machst du warten dass du das hier machst und dann mach ich das auch aber ich will da nicht drauf schaff ich nicht der Sprung geht nicht anders das ist der einzige wirkliche Sprung also entweder ist der Sprung nicht machbar oder der Sprung ist nicht machbar meinst du? ja irgendwie sieht das schwer aus ja ist er auch ja ist er auch scheiße Nils kann mir auch nie recht geben doch hab ich doch ich dachte er ist schwer ja aber du hast ihn gemacht also ist er nicht machbar also ist er machbar nein doch sonst hättest du ihn ja nicht gemacht ich wäre auch gerne mal dahin geflogen ja echt jetzt ja Sigi boah nicht cheaten Nils loi war aber ne Spaß Sigi hab ich den gemacht jetzt nur die Frage jetzt nur die Frage mann jetzt ein ziemlich langer Sprung Aua runtergeflogen ne ich hab mal wieder Spätschaden bekommen boah das ist ja letzt der letzte schwere Sprung ja aber jetzt die Frage wie ich den mache von einer etwas höheren Position von einer Treppe wo aber läuft es abgebaut erst mal reparieren bist du etwa im Game-Mode nein da waren dann aber wie heißt die denn da boi netherkackenwarzen netherkackenwarzen bist du etwa im Game-Mode ich glaub der Sprung ist vom Gloucester einfacher Mann ich schaff den ersten Sprung nicht kann doch gar nicht wahr sein so hab ich hier mal der letzte schwere Sprung hast du geschafft Puh ja ich will auch aber jetzt kommt ne LOL boi jung boi ich bin so dumm wieso lauf ich mit einem durch ich will doch nur spielen so jetzt bin ich überfragt ehrlich gesagt ich weiß nicht wo es lang geht richtig LOL nicht im Ernst 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 stimmt das? ja der Sprung ist meiner Ansicht nach so gut wie nicht machbar ok ich will es gleich sehen ich will es gar nicht sehen wollen du musst erst auf den Pisten springen ja dich um 180 Grad drehen und dann auf einen relativ weit entfernten Gloucester springen will ich verraschen und das innerhalb von lass mich nicht lügen dann lüge doch nicht 1,5 Sekunden maximal oder? alles klar nee musst du nicht du musst dich nicht umdrehen du musst dich nicht umdrehen halbdrehen Alter ich gebe bald auf ey was du da krass du gibts auf? noch nicht aber bald dann bist du wieder an der Kiff nicht gefallen? ja bei dem zweiten Gloucester ne ach soo jetzt ja äh scheiß Turbo da tío LY das haß sich glaube ich gerade nen Guru ja jetzt habe ich ich will den Sprung nicht machen, ey. Boah, Alter. Die Challenge hat uns sackt. Ja! Geschafft? Boah. Zumindest den Piston. Einmal mache ich noch. Boah, okay. Blub, blub. Ja. Ich hab's geschafft. Oh, an der schwere Sprung. Pass auf, du musst es erstmal... Ähm, ähm, lass mich nicht lügen. Ich bin schon überfragt. Achso, du musst hier erstmal... Ähm, auf den Nippel drauf, ne? Da war ich schon, ja. Vom Nippel hier hin. Ja. Hier die Leiter hoch. Dann hier um die Ecke springen, hier hin. Dann von hier, hier drauf. Und dann musst du überlegen, ob du von hier auf den Block da springst. Oder ob du vom Glouceton auf den Block springst. Okay. Ich bin vom Glouceton aufgesprungen, damit ich hier drauf gesprungen. Dann bin ich mit der Decke über dem Kopf hier hin gesprungen. Und dann kommt da der Glouceton raus. Und dann musst du auf den Glouceton. Und dann dahin und dann dahin. Oh. Hier drauf. Und dann von da hin hier drauf. Von hier auf den Glouceton und vom Glouceton hier hin. Allein der Sprung sieht schon schwer aus, ey. Oh. Ne, da in die Ecke mittest du gewusst. Okay. Ich schaffte ein nice one. A nice one! So, eine Challenge geht noch. Dann muss ich in die Stadt. Okay. Wie sie sich da rumrennen, ey. Wenn man sie einmal schlägt. Ist so ne... Och nein. Ne Wurz. Sehr gut. Ich bin in Jump Teil 1 durch. Doch, das bin ich sehr ersichtlich. Brungen. Den mach ich noch. Und ich fall ganz runter. Von da unten war der, glaub ich, einfacher sogar, davon, wo du den gemacht hast. Ja, ist möglich. Alter, das ist für Sprünge. Verarschen, oder was? Wieder so lang, oder was? Ja. Da, dann ist es für mich. Jetzt bin ich so verkehrt. Jetzt ist es verkackt. Oder? Nein, hab ich nicht. Welche Sprünge meintest du denn? Komm schon, ich mach den. Boah, sehr gut. Fuck. Erstmal zweimal failen und dann noch weitermachen. Wo muss ich denn hier hin? Hä, voll kein Thema eigentlich abzukürzen hier. Wo muss denn? Wo brauchst du denn hier hin? Wo ist denn rum? Ich glaub, wir haben schon verkackt. Ich glaub, wir müssen da hoch. Wir müssen da hochkommen. Ich weiß wie. Ja, genau so. So auf den Nippel. Verarschen. Der ist nicht machbar. Meinst du nicht? Nein. Der gleichen Höhe mit dem Nippel. Nee, Nippel ist sogar noch höher. Okay, jetzt hab ich ganz verkackt. Ne, hab ich nicht. Doch, hab ich. Okay. Na, ich mach das nochmal. Ganz easy. Hey, aber irgendwie... Boah, ist mit... Irgendwie muss das hier weitergehen. Der hat sich vertan. Echt? Ja. 100 pro. 100 pro. Worin denn? Guck mal, wenn du von hier kommst, ne? Ja. Hier drauf. Dann hier drauf. Dann springst du hier hin. Dann von hier hin, hier hin. Dann kannst du eigentlich nur hier hin. Und dann müsstest du ja da hoch. Boah, ist mich wieder runtergefallen. Da fiel von neu. Das geht nicht. Okay, was solltest du jetzt machen? Dann musst du hier hoch, über den Nippel. Jetzt geht schon wieder ein Sprung nicht. Mann. Boah, nicht Spaß. Ja, oder doch. Hier kann man... So. Hey, aber das... Zählt doch überhaupt nicht. Wenn du von hier kommst, wo willst du denn dann hinten? Das ergibt alles keinen Sinn. Hey, nee, nee. Komm, ist letztlich hier beim Nippel, glaube ich, vertan. Der dachte, man kommt von hier auf den Nippel drauf. Weil dann wird die Challenge auch Sinn ergeben. Ja. Nicht machbar. Okay, und dann hier. Ja, hier rum. Ja. Und dann Nippel. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Nippel, 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 nippel. Hier rum. Hier rum, hier rum. Hier rum. Hier rum. Hier rum. Vielen Dank.